Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde G... Life is Strange Ähm Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Life is Strange Before the Storm Episode 2 Wir haben gerade die Wahl Ihm das Geld geben Oder bei Mikey bleiben Und nicht all Ich weiß es nicht Ich weiß es einfach nicht Wir bleiben bei Mikey Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ihr Bruder hat gesagt Bleib innen Es wird gut, Mikey Es wird gut Es wird gut Verdammt Du bist ein schwerer Kind Bist du Ja? Aber was ist das? Gut, Glückwunsch auf dem Knie Tschüss, Fußball Well I'm done Get my money Or Maybe It'll be your little brother I talk to you next See you soon Ob das jetzt so richtig war Weiß ich nicht Alter Drew Es ist okay Ich bin okay Ich bin okay Drew You need to get to the hospital Ja Eindeutig Don't Don't Tell anyone about this Okay? Ja No No Way What Um What are you going to do? About Damon? I don't know One day at a time I hear you Oh Es tut mir so leid, man Dass der jetzt so zugerichtet wurde, ey Ich bin einfach immer noch Krass Man ist da wo losgeht Gleich wohl, oder? Sehr cool Ich würde mir das wirklich gerne jetzt mal angucken Oh Ich denke mal mega, der liegt dort aus This day has been so messed up Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal If I can find her back here If I can find her back here Did Doug David David Was die Sie ist auf dem Weg Ich... Rachel? Victoria? Was macht sie da? Was macht sie da? Victoria ist schon immer kriminell gewesen, habe ich das Gefühl. Whatever that was, it was shady as shit. Mhm. Ich würde jetzt nehmen. Und wird sie tauschen. Ähm... hingehen. Lernen. Pillen. Wir sehen. Muscle relaxers? Wir sehen uns, Rachel. Hurry now, bevor your tea gets... Ugh. What are you doing here? This area is for cast and crew only. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's... Relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night. As a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. Musch trinken. May it help to reveal the essence of your talents for all to see you. Wow. That... Thanks. Hold up. Did you hear that? Hear what? But... I didn't hear anything. Oh. I hear it now. It sounds like Mr. Keaton's calling for you. He is? He probably wants my thoughts on the set dressing. Okay. Don't go anywhere. I'll be right back. Oh. Gut, dass sie so reich denken. Bitch dosed your tea. That is... The least surprising thing ever. What should we do? Pff. Tassen tauschen. Hehehe. 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 Problem solved. Hahaha. Damn. Chloe Price. What would I do without you? Have super relaxed muscles, I guess. Hahaha. Mr. Keaton is busy with Nathan. I'm sure he'll call on my aesthetic sensibility soon. Oh my god. Hehehehehe. Let us drink. Mindy Misty. Hehehe. Oh, make sure you drink it all. Your instrument will thank you. I am so grateful to have such a kind and caring friend as you, Victoria. Aw, saintsies. Oh, f**k dich. Haha. Gleich als. Hehehe. Hehehe. I'll see you out there. Break a leg. So. That happened? Just when I thought this day couldn't get any batshit crazier. Oh hey. Hey. That's mine. The tower is a tarot. You know? It symbolizes sudden change. I always pegged you for the dramatic type. I blame the company I keep. Sweet, Parmesan. We're ruined. The show is ruined. That was quick. The tower is king. Yeah. My dear young artists. A misfortune most unkind has befallen us. Juliet is wayling. That infernal inferno is the culprit. Closing down the roads and robbing us of our aerial. Would that she could manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy. The situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Mr. Cretan. I have revelations to reveal. Rachel Amber is on drugs. Look at her. Her face is so blurry. And pretty. She's clearly been drugged. I mean, drugged herself. She loves drugs. Don't you? What? Cretan. F******, man. He's sorry. Ugh. What? Uh. No. Oh, man. Holy mhm. Eine Romantik oder? So was machen doch Freunde? Ich würde sagen, du bist super verletzt. Chloe, bitte. Für mich. Verdammt. Ich kann nicht glauben, dass Rachel mich in das zu sprechen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und die Glocke könnt ihr drücken, dann verpasst ihr kein Video von mir. Wie zum Beispiel jetzt diese Folgen, Life is Strange und GTA 5 auch. Und meine Blogs natürlich nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.